Ab dem 1. Mai 2016 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Immobilie ist luxuriös ausgestattet. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 36 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 518 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Zeitgeist ist in der Zeitgeist.